Liebe Leute, willkommen wieder bei Route 66 zu einer weiteren Folge. Rangliste, wollte ich sagen. Da redet mir einer. Da redet einer. Hello. Aha. Hahaha. 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 Ich hab einfach das beste Team bekommen. Leute. Competitive. Ja. Rangliste. Ich probiere. Ich probiere nochmal die Ashe aus, liebe Leute. Auch wenn letzte Folge mit Ashe nicht so lief, vielleicht läuft's ja jetzt so. Achtes... Achtes Ranglistenspiel, liebe Leute. Achtes Ranglistenspiel. Ja, dann hab ich alle gewartet, bis auf das siebte. Folge gab's gestern. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, könnt ihr gerne reinschauen. War eine echt spannende Folge, auf jeden Fall. War eine nice Folge. Also scheiße war die nicht. Empfehle ich euch nochmal rein zu gucken. Und was... weil dieser Folge ist, ne? Ist natürlich wichtig. Achtes Ranglistenspiel. Daumen hoch. Kommentar. Ich würd mich sehr freuen, Leute. Aktuell kommentiert ihr sehr, sehr fleißig. Und das macht mich auch... Ja. Sehr, sehr froh tatsächlich. Ich find das wunderwunderbar. Vielen, vielen Dank auch nochmal dafür. Das ist... Auch nicht selbstverständlich, ne? Muss man ja dazu sagen. Das ist ja auch nicht... Auch nicht selbstverständlich, dass ihr da... Äh... So... Crazy mich supportet, wollte ich sagen. Mann, Mann, Mann. Ah, das blöde Baptist-Shit. Ah, Mann, die Panik. Mann. Ne, das ist nichts. Ah, ich weiß nicht warum, aber die überrennen uns ganz schön, ne? Damit haben wir ne gute Aufstellung. Wir haben ne ganz gute Aufstellung. So ist nicht. Wir haben ne Zagre. Wir haben ne Reinhard. Wir haben ne Anna. Ne Baptiste. Ne? Also die Aufstellung ist gar nicht mal bad. Die ist nicht mal bad. Einer hat in den Computer geschrieben... Warum machst du jetzt denn noch Rangliste? Die endet doch ein paar Tagen. Warte doch lieber, bis die neue anfängt. Bist du dumm oder so, ne? Ja, Leute. Ne? Äh... Bin ich. Denn... Ich möchte ja noch eingerankt werden, bevor die Season endet. Weil, wenn du eingerankt bist... Und die Season endet, bekommst du ja am Ende jeder Season noch Punkte. Mit diesen Punkten kannst du dir ja diese Goldwaffen kaufen. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ne? Für 3000 Punkte oder für 4000 oder so. Und die kriegst du, umso höher dein Rang ist. Also wenn du eingerankt bist. Und deswegen dachte ich mir, ja... Bevor die Season endet, nochmal die Punkte mitnehmen. Wenn dann die neue anfangen würde, ne? Darum ging es mir ja. Ja. So. Ah. Und natürlich muss ich jetzt nachladen. Wenn die Mercy fast down war. Na, Bob ist blöd geplatziert. Lass meinen Bob in Ruhe. Ich muss ja eben einmal durchladen. Oh, ich steck fest. Mama, ich bin tot. Ich werde sterben. Na, ah! Du blöde, du blöde Tracer. Jetzt bin ich auf dem Sack. Weißt du das? Ne, die Runde ranken wir wahrscheinlich auch ein Los. Ah, ich bin mit 3 Individuen Gold. Ne, ich weiß gar nicht, was mein Team macht. Die anderen spielen einfach deutlich besser als Usatiba-Chide. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ne? Ganz, ganz verrückte Runde. Aber ich habe ja versprochen, dass ich die Ranglisten-Spiele euch zeige. Weil viele daran... Ja, ich habe viele geschrieben, sie hätten da echt Bock drauf. Und dann möchte ich es natürlich auch machen, liebe Leute, ne? Dann möchte ich es natürlich auch machen, liebe Leute. Ne? Ja. Mann! Geh weg jetzt! Könnt ihr meinen Umring jetzt? Wollte schon sagen, wenn der jetzt noch lebt. Dann wo hier ist der Tracer. Oh, dass ich das überlebt habe. Ich habe schon wieder Bob gewastet, ne? Ja. War das eine Mercy, Mann? Okay. Aber mein Bob, mein Bob, den, äh... Den mache ich nicht so gut. Ne? Meinen Bob platziere ich nicht so gut. Na, manchmal das Ding ist weg. Hm. Ein bisschen verwirrt bin ich. Ein bisschen verwirrt. Ah! Hab's noch... Hab noch irgendwas in die Luft gejagt. Ah! Ah, natürlich. Kleiner blöder Wautog. Oh, ich glaube, das hat richtig gut Damage gemacht. Er hat mich, glaube ich, selber angezündet. Kann das sein? Er hat mich, glaube ich, selber angezündet. Ah! Aber ich versuche es. Ich versuche es. Darauf kommt es doch an, ne? Dass man es versucht und dabei ist. Mann, Mann, Mann. Ähm... Genau. Deswegen zeige ich euch natürlich auch die Rangristen unten, die ich verliere. Es wäre ja doof, wenn ich nur die hochlade, wo ich gewinne. Ne, ne? Wenn ich die verliere, dann zeige ich euch die natürlich trotzdem, liebe Leute, ne? Weil... Gehört ja dazu. Hallo! Oh leu! Wo kam denn jetzt der Wautog her? Das war nicht so geil von mir. Tut mir leid. Da kam auf einmal ein Wautog, Leute. Der war auf einmal da und hat mich aufgegessen oder so. Keine Ahnung. Komm! Zwei Leute verbrannt. Mit meiner wunderbaren... Mit meinem wunderbaren Dynamit. Ey, diese Tracer. Immer. Sehr. Wer soll swappen, was? Hat mich zugehört. Hat mich gemeint? Ich hoffe nicht. Probier's nämlich. Ich geb mein Bestes. Los, Bob! Tu was! Ja, mein Bob tut gar nichts, glaube ich. Mein Bob hat, glaube ich, nichts getan. Ähm, ähm... Komm, ich nehm Wautog. Ich nehm jetzt mal eben schnell Wautog, Leute. Eben schnell für den Dev nochmal Wautog, damit ich hier... Vor allem diese... ...ultra... ...nervige Tracer vielleicht bekomme. ...nervige Tracer vielleicht bekomme. So. Das war der Hook... ...meines Lebens gerade, Leute. Also, der Mercy Hook war ja mal... ...brillant, Leute. Er hat Glück, aber er war cool. Aber er war cool. Mann, 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 Mann. Vielleicht hab ich mein Ulti schon wieder. Zu mir! Ey, nichts gekriegt, oder was? Okay. Hab den blöden Dings gekriegt gehabt. Mann, war das ein Glück. Ey! Diese Tracer! Verrückt macht ihr mich. Ich glaub, wir haben's. Oh, ho, ho! Vielleicht war ich konzentriert. Vielleicht aber auch nicht. Ich überleg grad, soll ich Wautog bleiben? Mann! Ich könnte eigentlich ein bisschen Ash spielen. Na ja, aber ich weiß nicht, ich will ja auch nicht, dass das Team verliert. Wisst ihr, was ich meinte? Ich überleg grad, soll ich Wautog... Hm! Ich bin grad mega unentschlossen. Aber so richtig heftig. Aber irgendwann die Gegner haben nicht durchgeschoben Daumen hoch Immerhin etwas Wir haben die Moira Wir haben wieder den Reinhard Zarya, ich als Ash Noch ein Heiler vielleicht Noch ein DD oder so Keine Ahnung Irgendwas Hallo Man, nicht mehr wissen, was wir spielen Anscheinend darf ich das aber nicht Hallo Ein Clubhaus? Ah, ein Hanzo Warum denn ein Hanzo? Brigitte Oh, hallo Brigitte, Mann Was geht? Hallo Brigitte, Mann Ich mag Brigitte Ich mag Brigitte Und ein Soldier Das ist eine ganz gute Aufstellung, finde ich Da kann man nicht meckern Da ist eine Mercy Hallo Mercy Aber es ist knapp Ich glaube, wenn es eng wird, dann nehme ich nochmal Warthog Mit dem kann ich immer noch messen Ist halt einfach so Aber ich kann nicht nur immer Warthog spielen Dann rasten die Leute halt aus Die weinen dann Witterlich Und schreiben Genau so Okay, die haben einen Bastion Ich nehme kurz einmal hoch hier, hallo Um alles da raus zu gehen Ja Mann Da hat mich der Dich noch erwischt, ne Der Hanzo Ich hab echt gehofft, dass ich da Ein bisschen Panik machen kann Und so Aber nee Die verteidigen die Menschen echt gut Die haben eine gute Aufstellung Ne Der Hanzo, der abnervt Dann Nutio, der nervt Oh, Riesa und ein Reinhard Also 5 Milliarden Schilde Und ein Bastion Das ist ja Ja, und schon eine Frechheit eigentlich auch, ne Frechheit Will er mich mobben, Alter? Hat er mich gerade gewanscht hat mit seinem Entdeckerfeil? Ja, genau Mann Wird ich hier wieder geflamed, oder was? So, weiter geht es und wechselt gleich wieder auf Worldhawk, ey Und hoke ich die Leute durch das Schild, ey Mann Jo Ich kann es vergessen Ich würde jetzt gerne noch meine Ulti useln Dann wechsel ich, denke ich mal wieder Ne Irgendwie sowas Keine Ahnung Ich weiß gerade nicht, was da passiert ist Ja, okay Sind alle runtergescharcht, oder was? Wir müssen die Fracht in Bewegung setzen So, was machen wir jetzt? Wir sammeln uns und los, oder was? Ich wechsel sonst gleich, wie gesagt Ja, boom Ich würde so never was, Leute Los, Bob Tu doch was Ich bin da richtig verwirrt Was passiert hier? Was ist geschehen? Oh Das war Okay, ich hab mal wieder was getroffen, Leute Ich hab mal wieder was getroffen, Leute Streng nicht mehr Streng nicht mehr Ich geh mal da hoch Ich geh mal da hoch Ne? Ah, der beste von denen, ne? Das war der Hammer Feuer frei Wer lustig ist, was erwischt mit dem Dynamit Komm, nochmal Dynamit Dynamit Weidwurf 2000 Keine Ahnung was Okay Hm Der Hand so nervt mich Okay, ich hab zwar fast meine Ulti Aber Wayne Ich will, dass das Team Stolz auf mich ist Naja Deswegen Wowtalk Das wird schon klappen Müssen wir uns glauben Das ist halt ein Wechsel im Rank Äsch Wowtalk Äsch Wowtalk Nein Nein Ah, ich war fast tot Mama Mia Nein Ich hab so schnell die Mercy geholt Das kann doch nicht sein Oh Ich hab den Hanso Loll, ich muss nachladen Stirb doch Mein Gott Alter Mein Gott, Leute Wie kommt voran Ja, Fracht Wollte schon sagen Gehst du auch mal weiter 2 Minuten 40 haben wir Zeit Jetzt weiter zu kommen Als die Ist machbar Ist machbar Ist ja nicht so Dass es unmachbar wäre Aber man muss ja Bei einem Dings hier bleiben Yo, was fehlt Ach, schade Ich dachte Den Hei-Hamster-Mann Kriege ich noch Leute Okay, dann schiebe ich halt weiter Ja, wir müssen halt schieben Mann, Mann, Mann Ich kann so Ich kann so ranklich spielen, Leute Ja, dann Wir schieben mal weiter Macht ihr mal Ja, oh Oh, ich bin auch noch gestorben Nein Mich hat der Besten geholt Ja, das schafft ihr, Leute Ihr habt doch alle fast rasiert Oder auch nicht Die nehmen ja noch alle Die Gegner Okay Schade Das war knapp Das war knapp Jetzt nochmal gemeinsam rauf Da Und dann können wir es vielleicht schaffen Müssen nur an das glauben, Leute Oh, dein Glück Ja, dass du gerade wieder abgehauen bist Hätte ich den geholt Jeder Gegner, der tot ist Ist ein guter Gegner Mann, Mann, Mann Der Besten ist halt Eklig ist der Attacke So Der Besten ist tot, Leute Jo Durchs Ding oder was Mir egal Weiter hier Man muss sich nachladen Kommt Jo Geht doch Nur Bronze Ja Ein bisschen rumgedödelt Am Ende Muss ich zugeben Hab am Ende echt Ein bisschen rumgedödelt Aber Ein weiterer Win Ein weiterer Win Wunderbar Aber der Besten von denen War nicht bad Muss ich nur mal gesagt haben Der Besten von denen Hat einen guten Job gemacht, Leute Sieht man da Vielfach Kill Bam, bam Wir gucken es noch mal am Ende Wie immer gleich an Wie unsere wunderbare Ich stehe hier gar nicht Muss ein Bug sein Äh, hier Brigitte Kriegst von mir ein Vote Weil Brigitte Cool ist Dann kriegen wir noch ein Level Richtig knapp Von da habe ich das Level Habe wir noch eine Lootbox auspacken können Wir haben Ash gespielt Wir haben Warthog gespielt Also so ein Mischmasch heute Ash, Warthog, Mischmasch War das in der Ranked Folge hier Platzierungsmatche Bam, 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 bam Äh, ah Fast alle gewonnen Bis auf dieses eine hier Und zwei haben wir noch vor uns Und da sind wir eingerankt Ich bedanke mich fürs Zusehen Das war eine weitere Folge Overwatch Und wir sehen uns Bei einer anderen Folge wieder Einen schönen Tag, Leute Daumen hoch, favorit Ihr wisst Ihr kennt's Ihr kennt's